Wir bieten mittlerweile seit über 20 Jahren bei Patura unsere speziellen Händlerschulungen an, die nach wie vor von unseren Fachhändlern sehr stark in Anspruch genommen werden. Das liegt zum einen daran, dass die Händler neues Personal haben, aber auf der anderen Seite auch daran, dass am Markt, speziell bei den Landwirten und Tierhaltern, nach wie vor sehr starkes Interesse auf Fachinformationen besteht. Wir bieten bei unseren Schulungen verschiedene Stufen an. Kommt ein Händler zum ersten Mal zur Schulung, dann bieten wir mehr ein Grundlagenseminar an. Das heißt, wir vermitteln Grundlagen, zum Beispiel der Elektrozauntechnik. Sehr viele unserer Händler kommen mehrfach zu den Schulungen, teilweise sogar im gleichen Jahr. Und dann bieten wir im Endeffekt Aufbauseminare an, wo wir die Produktdetails technisch weitergehend erörtern. Dilliziererung... Dilliziererung... Sie ist sehr praxisbezogen, was mich sehr anspricht, aus der Praxis für die Praxis. Der Schulungsleiter macht das auch wirklich sehr gut, informativ und ich denke, dass man da einiges mitnehmen kann. Das bringt einem gute Ideen und Informationen, die im Verkauf sehr hilfreich sind. Die wird immer gelobt von jedem Kollegen, der wo da hingeht, sagt immer, geh auf die Schulung. Danach weißt du einfach, wo der Hase läuft, was Produkte sind und das ist in dem ganzen Bereich super eigentlich. Man kennt sich danach viel besser aus. Also ich finde die Schulung wirklich toll. Das ist meine erste. Super Stimmung hier. Man lernt viel. Man lernt wirklich sehr viel, was man auch vorher noch nicht gewusst hatte und es bestätigt Wissen, was man schon hat. Ich möchte grundsätzlich auch meine Lieferanten kennenlernen. Darum bin ich auch heute hierher gekommen. Ich würde die Schulung auf jeden Fall weiterempfehlen. Mit Badou haben wir jetzt die besten Erfahrungen gemacht. Von der Zuverlässigkeit. Ich finde einfach, weil es einfach professioneller, qualitativer, einfach aufgezogen ist das Ganze. Das ist einfacher, dem Kunden ein Partura-Gerät zu erklären, als manch andere Geräte. Die ganzen Fressgitter zum Beispiel, die Heuraufen. Ja, dass es so vielschichtig ist. Und wirklich nicht nur weiterzuhauen, sondern... Man hat bei Partura einfach eine Firma, die im Hintergrund steht. Die einem hilft bei Problemen. Man hat Ansprechpartner, wie man sich wenden kann. Und die Qualität stimmt einfach. An Partura finde ich besonders interessant die große Auswahl an Stalleinrichtungen. Die Qualität zeigt es immer, dass Partura eigentlich immer super ist.